So, dann sehen wir mal wieder zurück. Geh weg! Wollt ihr mich verarschen, oder was? Kommt neu her! Ich hab mal ein offenes Ohr für all eure Probleme. Meine Güte, ey! Wir wollen uns alle ans Leder. Was sind das für welche? Okay. Und das sitzt da oben. Was soll das bringen? Los! Wow! Ach, du heiliger! Zwei! Wie viel denn noch? Ach, du heiliger! Wie viele Schläge brauchen die, bis sie endlich drauf gehen? Aber ich hab mir das Spiel schon mal ein bisschen durchgelesen, was darin so vorkommt. Ne, ich hab's noch nicht gespielt. Was bringt uns das, wenn das an ist? Okay, da kommen wir nicht hoch. Machen wir erst mal so. Machen wir mal eins niedriger. So müsste es eigentlich stimmen. Und jetzt den da oben drauf. Perfekt. Und dann noch den vielleicht. sehr schön. Mist. Aber wir wissen jetzt ungefähr das Prinzip. naja, ja, 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 ja. Wieso komme ich da jetzt nicht dran? Ach, komm, egal jetzt. Ist ja bestimmt nicht so wichtig, oder? Was hängt denn da dran fest? Irgendwie kann man das nicht. Da drin vielleicht irgendwas. Ah, die Kameraansicht ist wirklich ein bisschen doof gemacht, muss ich sagen. Ah, jetzt geht's komischerweise. Hä? Ne. Ah, ja, wir bauen uns aus dem Schalter einfach mal eine Drittstufe, ne? Ist das normalste auf der Welt? Ach, du heiliger. Ja, Gemetzel. Kneipenschlägerei. Wann das alle? Ich bin enttäuscht von euch. Also nicht von den Produzenten, sondern von... Ne, wiss schon. Da sind noch ein paar Münzlein, die verstecken sich vor uns. Die haben sie wirklich gut versteckt. Da draußen sind noch welche. So. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich höre das gerade nur auf einem Ohr. Ne, jetzt sind sie wieder auf beiden. Was ist denn das, Mensch? Ich höre das manchmal nur auf einem Ohr. Ich glaube, der hat ein Dappen, mein Headset. Also der, das Headset. Entschuldigung. So, R2. Ich sage immer R2-D2. Müssen wir da rein? Ich trau dem nicht. Ah, was? Laserschwer aktiviert. Unrein da. Diese Animation gefallen mir richtig gut. Und die Kampfdroiden. Level abgeschlossen. Freies Spiel... Was war das jetzt? So viele Charakteren kriegen wir. Ach, du meine Güte. Naja. Nur weiter. Drei Stück. Oh, wir kriegen ein Flugzeug, oder was? Eins von 160 Leveln abgeschlossen. Zwei. Ach, du meine Güte. Kann ich jetzt speichern? Spiel speichern. Spiel wird gespeichert. Nein. So, da geht's weiter. Oh, die Farbe Orange gefällt mir so gut. Mir fällt ja kaum auf, dass da hinten zwei Jedi drauf sind. So. Ist das so windig, oder gehört das? Ach, du Schande. Weg. Lasst mich in Frieden. So, machen wir mal die Blumen hier ein bisschen. Oh, da, da, da. Hier kann man ja wirklich alles möglich... Los, 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 gib mir Geld, gib mir alles, was du hast. Ja, mit euch. Ja, die Silberne ist nicht so schlimm, wenn wir mal ein oder zwei vergessen. Aber wenn es natürlich nur Silberne sind, sollten wir die auch mitnehmen. War hier nicht noch eine? Ja, hier waren noch drei. Stör mich nicht! Ich flanke Pflüge Blumen! Ah, jetzt verspreche ich mich auch noch bei dem Satz. Nein. Verzieht euch! Ich bin beschäftigt. Na los! Das lohnt sich doch schon eher. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Blümchen hinten. Ne, jetzt haben wir alle Blümchen hier. Was willst du eigentlich, Junge? Falsche Taste. Los, 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 los. Was sind das für Viecher, die da drin? Ja, die kenne ich ja noch und die mir in den Ohren. Ja, wir bauen mal den Baumgrab mal wieder auf. Die machen uns hier kalt. Ich fixiere mich gerade mal auf die goldenen. Die Silbernen tun es natürlich auch, aber... Los doch! So, schießt nur, schießt nur. Los, weiter! Macht gerade so viel Spaß. Next! Willst du dich eigentlich verarschen? Wir können es uns nicht leisten, uns von denen... ...aufhalten zu lassen. Los, los! Gut, dass du ihn abgefangen hast. Ja! Ich würde sagen, ich beende diesen Partner an der Stelle und... ...bis zum nächsten Mal. Servus! Let's ... Lieber! ... Untertitelung des ZDF, 2020